Jo Pyros, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Schaut mal, was wir hier heute am Start haben. Den ganzen Karton mit der Neuheit aus diesem Jahr von Beisel Pyro Technik, von der Beisel Eigenmarke. Und zwar ist es die Big Shot Cake 8 von Beisel Pyro Technik. Die Big Shot Cake ist mit einer meiner Lieblingsbatterien, weil die so krass ist, der Zerleger ist so laut und so eine breite Ausbreitung einfach. Aber die Teile steppern einfach so ordentlich rein. Und die 8 ist jetzt die neue. Und zwar hat die eine 25 Sekunden Brenndauer, 16 Schuss, 30 Millimeter Kaliber. Das seht ihr oben schon, fette Teile. Und es sind Performance Goldpalen mit Farbstern. Genau, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Test. Oh, geil Junge, was steht denn da drauf? Das sind die Big Shot Cake 8. Geil Junge, und die werden jetzt gezündet oder wie? Die werden nachher gezündet. Geil. Geil. Junge. Wir lieben diesen Tag. Kauf für hunderte Euro aus allem. Bereuen es kein Tag. Ja. Wir sind Büros. Wir sind Büros. Wir sind comm blossom. Wir sind gucken. Wir sind기早 всех. Wir sind befüllen. Wir sind langsam aufreагiert.